Moin Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, wir haben endlich die Ankündigung, wann es quasi mit Phase 5 in WoW Classic weitergeht. Der Community Manager Kavex hat hier im WoW Classic Forum vor gut einer Stunde einen Beitrag gepostet, wo er quasi angekündigt hat, wann es mit Phase 5 weitergeht, wann also quasi, ja, Akku kommt. Und wir werden uns jetzt direkt den Bluepost hier mal anschauen. We are putting the finishing touches on the next patch for WoW Classic Version 1.13.5 will go live in July. Also im Juli wird die ganze Geschichte hier live gehen, Freunde der Nacht. Und mit diesem Patch wird quasi der Content live gehen, der aktuell auf dem PTR getestet wurde. Ab dem 28. Juli, also der 28.7., ungefähr in einem Monat, wird Phase 5 beginnen in WoW Classic. Wir haben endlich ein Datum. Und man muss ganz klar sagen, das bedeutet nicht, dass ihr quasi dann direkt an dem 28. Juli oder einen Tag später, wie auch immer, Akku 40 oder Akku 20 raiden könnt. Nein, ganz wichtig, denn wir lesen hier direkt den nächsten Abschnitt. Er sagt quasi hier, ab dem Zeitpunkt können die Spieler quasi damit beginnen, The Scepter of the Shifting Sense, also das Scepter der Sandstürme quasi zu bekommen. Und die beiden Fraktionen, also die Allianz und die Horde, können quasi auch mit dem Zeitpunkt beginnen, die Materialien für den War of Fort zu sammeln. Ja, wer den War of Fort nicht kennt, Monta hat ein gutes Video darüber gemacht, das werde ich auch unten vielleicht nochmal verlinken. Das ist quasi einfach so eine Art Abgabe, wo beide Fraktionen sehr viel Materialien abgeben müssen, damit eben diese Tore von Ankirai geöffnet werden können. Und bei der Quest-Chain hier, die Scepter der Sandstürme, das ist einfach eine sehr, sehr lange und epische Quest-Reihe, die man in WoW Classic machen kann. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht. Könnt ihr euch auch nochmal in der Beschreibung anschauen. Was nur von sehr wenigen Spielern abgeschlossen werden wird, wahrscheinlich am Anfang. Und die dann eben auch dieses Skarabeos Mount bekommen, dieses legendären Mount. Und eben in Burning Crusade dann auch den Titel Scarablord. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Deswegen sage ich jetzt an der Stelle auch nochmal, erst nachdem quasi jemand das Scepter in der Hand hat und den Gong quasi schlagen kann. Und auch nachdem die War Affords eben beendet worden sind, können quasi eben dann die Tore von Ankirai geöffnet werden und eben dann auch die Wails betreten werden. Ja, das heißt jetzt nicht irgendwie denken, dass ihr quasi direkt am Ende vom Juli, also quasi hier am Anfang, also an dem Datum hier direkt wailen könnt. Nein, sondern erst, wenn diese beiden Dinge hier beendet worden sind, kann man quasi dann in Akku reingehen. Das hat er hier am Ende auch nochmal gesagt. Erst, wenn beide Sachen wendet sind, dann geht die ganze Geschichte eben los und ihr könnt raten. Jo, und jetzt nochmal meine persönliche Einschätzung. Wie lange wird die ganze Geschichte dauern, bis ihr dann wirklich in Akku reingehen könnt? Ganz ehrlich, es wird nicht lange dauern. Auf den meisten Servern wird es wahrscheinlich auch so ablaufen, dass sich die Gilden jetzt schon abgesprochen haben. Ey, wer schafft die und die Materialien ran? Ey, wie können wir hier zusammenarbeiten? Wie können wir vielleicht auch die schwächere Fraktion supporten? Und deswegen vermute ich, also die War Efforts werden nicht lange dauern, ja, nicht annähernd so lange wie im originalen Vanilla. Ich vermute zwei Wochen, ja, ist meine Vermutung ehrlich gesagt. Und was auch zu dieser Vermutung noch hinzukommt, ist einfach der Fakt, dass das Zepter der Sandstürme, also bis es jemand quasi in den Händen hält, dauert auch meiner Erfahrung nach ungefähr zwei Wochen. Und das kommt einfach daher, da es quasi in der Quest einen Farmbereich gibt, wo man eine Gilde im Rücken braucht, die einem quasi dabei hilft, sehr viel zu farmen. Silithus in den Halster von den, ja, Krabbelfiechern, die da rumeiern. Und wie gesagt, wenn man eine richtige Hardcore-Gilde im Rücken hat, dann ist das Farm-Event ein Ding von vier, fünf Tagen vielleicht, ja, wenn überhaupt, mal gucken. Wie gesagt, auf einigen Private-Servern gab es Gilden, die haben das mit drei 40er-Rates in drei Tagen gemacht oder in zwei Tagen. Äh, von daher, äh, muss man mal gucken. Und weil man halt eben, ich glaube, also nagelt man nicht darauf fest, aber ich glaube, man braucht auf jeden Fall zwei Raid-IDs dafür, weil man muss einmal den Kopf von Lash-Layer looten, glaube ich, in einer ID, damit man die Quest weitermachen kann, äh, also in BWL. Und in der nächsten ID muss man dann, glaube ich, Nefarian killen. Das heißt, man muss auf jeden Fall zweimal BWL, bin ich der Meinung. Und deswegen kann man's nicht, ähm, vor, ja, bevor man zweimal BWL drin war, machen. Ja, deswegen, ich vermute, ungefähr zwei Wochen wird die ganze Geschichte auf den meisten Servern dauern. Auf den gut bevölkerten Servern auf jeden Fall. Natürlich Lucifron und einige andere problematische Server, wo man eben eine Fraktion hat, die sehr stark vertreten ist, ja. Moin an die Lucifron-Leute, 99% Horde. Das natürlich, äh, muss man gucken, aber auch da habe ich schon gehört, dass da auch Beschreibungen sein sollen, dass man eben die Allianz irgendwie auch supportet, dass sie da Sachen abgeben können und, äh, damit die War of Fords eben dort auch beendet werden können. Jo, jetzt vielleicht noch meine Einschätzung, äh, das heißt, wir haben Ende Juli, haben wir dann die nächste Phase, die Phase 5 und, äh, finde ich absolut in Ordnung. Ich persönlich habe ja in meinem Video gesagt, dass ich ungefähr mit Anfang oder Mitte Juli mit der Veröffentlichung von Phase 5 quasi, ähm, rechnen würde. Äh, man darf auch nicht vergessen, wie gesagt, wenn wir dann am, äh, 28. Juli die Phase 5 bekommen, dauert es ja eben auch nochmal zwei Wochen auf jeden Fall, bis quasi die Wails betreten werden können, auf einigen Servern, ja, eventuell ein bisschen länger. Von daher finde ich es absolut in Ordnung und, ähm, ich vermute, dass sie die Phase 4 ein bisschen länger haben laufen lassen, weil einfach die Server auch sehr gut bevölkert waren, ist meine Vermutung. Denn man hat, äh, so die Erfahrung, dass die Phasen in Vivo Classic im Schnitt ungefähr 77 Tage gedauert haben und die Phase 4 hätte aber quasi, also hat mit dem Datum dann 104 Tage gedauert am Ende, das heißt Phase 4 war, äh, ja, mit die längste Phase überhaupt und ich vermute, es wird ein bisschen an Corona gelegen haben wahrscheinlich. Man hat gemerkt, okay, die Leute sind eh am Start, wir haben viele Leute und so weiter, wir müssen nicht unbedingt quasi den Content pushen und deswegen hat man gesagt hier, ey, wir machen das Ganze spannend und ich finde aber auch im Nachhinein es absolut okay, den Zeitraum irgendwie und bin damit vollkommen zufrieden. Jo, freut ihr danach, sagt mir gerne unter dem Video eure Meinung zu der ganzen Geschichte, ähm, denkt ihr, das ist ein guter Zeitraum jetzt, ich, wie gesagt, finde es absolut in Ordnung und, ähm, ja, im Nachhinein hätte ich es glaube ich auch sogar ein bisschen gerushed gefunden, wenn ich jetzt irgendwie Anfang Juli direkt schon jetzt wieder akku, wäre ja dann irgendwie ein paar Tage gewesen, von daher, ich finde es absolut in Ordnung jetzt Ende Juli, schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Thema in den Kommentaren und, ähm, ja, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen aktiver am Start, ich war ja anderthalb Wochen ein bisschen inaktiv, einfach aus persönlichen Gründen, aber, ähm, nur der Hinweis an der Stelle, ja, schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei, da bin ich dreimal die Woche jetzt auf jeden Fall wieder live, am Sonntag, am Dienstag und am Donnerstag ab 19 Uhr und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns auf Twitch oder im nächsten Video, ciao, ciao! de Internatario